ich habe keinen pack jetzt das ganze gold hier schon so verschwunden habe ich brauche ich nicht oder nee habe ich habe ich habe ich habe ich nicht brauche ich auch nicht brauche ich nicht dafür geht es zu schnell aus wo habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich brauche ich eigentlich nicht es kostet so viel später genau später das ist es später das skelett kaputt diese jungen freien schon mal ihr könnt ihr nicht so scheiße geht dann immer so lange dann seid ihr schwarze jungen vorliegen helfen als jungen gewinn 100 pro irgendwie nicht das auch für das auch schon level 5 war dabei ich habe auch daran heilen Oh, oh, ist das schwer. Ich habe echt Mana-Verschwendung. Aber ich möchte, dass sie leveln, deswegen. Kommt ihr hier zu? Könnt ihr das? Ja, waren ja nicht so viele Geschöpfe jetzt. Ich hätte doch trotzdem gerne einen Trainingsraum, aber dafür habe ich nicht genug Gold. Da muss ich nicht dauernd welche am Weg transportieren. Das ist richtig geil. Alter, da ist auch ein Dorn benutzt, nur weil die hier ständig alle sich hier wieder hochheilen. Was ist das? Achso, oh, egal. Da drin würde ich auch gerne schlafen. Nicht. Say no one ever. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlaf hat. Ich sehe es. Okay, dann hätten wir 3 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ja, jetzt sehe ich richtig, ja, 5, 18, 5, 2, 23, 23, 14, 16, 20, ja, ich, drei Plätze frei. Da und da zwei her. Oh, da ist ein UFO. Da, zack. So, gehen wir pennen. Geh irgendwo pennen. Geh überall pennen. Geh 1000 pennen. So. So, jetzt hier mit einfach mal der allgemeinen Arbeitslosigkeit entgegenwirken. Hier, hier ist Gold. Okay, das hat sie anscheinend ausgespuckt, oder wie? Das ist normal. Hat das, hat das, das Gegnerviechte ausgespuckt? Oh, also, ach, wenn ich da rübergehe, kann ich das sehen. Achso, ich hatte es gerade nicht gedeckt. Es ist Saaltag. So, gehen wir mal hier hin. Ich meine, wir sind eigentlich relativ gut ausgestattet. Bei uns kamen sowieso keine, ja, Geschöpfe mehr. Also, wir können jetzt eigentlich nur eine ganze Zeit trainieren. Und ich habe es ja lieber, wenn wir jetzt ein bisschen zufrieden sind. Ah, der Folter hat angefangen, Mann. Weil, Wir haben aber gar keinen Gefangenen. Jetzt musst du selbst Gefangenen spielen. Könntet ihr gerade? Ah, danke. Hat ja auch lange genug gedauert, ne? So, Pygys können wir auch noch nehmen. Ihr habt auch eine Schatzkammer, um euer Bräut zu lagern. Doh, duh, duh. Doh, duh. Doh, duh. Boah Leute, immer wieder Unterbericherung, tausend Leute im Haus, tausend. Und die stehen so richtig geil aus Schmerzen, ey, boah, einfach so richtig geil, Mann ey, jetzt schon anfangen mit dem Schwärmen und so weiter, meine Vorlieben ein bisschen ausplaudern, ein bisschen aus dem Nähkästchen und so, ne, och nö, lassen wir, ne. Es liegt ja bestimmt überall noch mein Gold, wo mein Gold, wo mein Gold, wo mein Gold ist, kann mir irgendjemand sagen, wo mein Gold ist? Okay, wir wollen gehen, wollen einfach mal hier so in die Pampa bauen, oder ne, wir wollen irgendwie holen uns hier das Gold und gucken, wo es uns hin wird. Da, da, boah, ist okay, letzte Unterbrechung. Oh, okay, das kann ich euch nicht versprechen, aber ich weiß nicht, ich sollte nicht hier, wenn Leute im Haus und sowas, sollte nicht einfach mal so jemand aufnehmen wollen. Vor allem soll ich da nicht, vor allem, wenn ihr wüsstet, dass hier gerade los ist, ne, oh, Gold, oh, oh, oh. Dann, dann, ihr werdet verstehen, warum ich gerade so verklatscht bin. Es geht hier um Liebe, Lüge und Intrigen. So, das wird jetzt einfach die provisorische Schutzkammer. Ist scheißegal, wir bauen ja einfach das ganze Gold ab. Bauen wir das ganze Gold ab. Und wo hat uns das jetzt gebracht? Oh, noch mehr Gold. Toll. Da freu ich mich aber. Provisorische Schutzkammer FDW. Ist ja genauso groß wie meine Bibliothek, oder? Und größer sogar. Oder? Ne, 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 doch nicht. Oder? Doch, doch, alter. Ja, da können jetzt auch gleich einiges an Gold dran, deswegen. Ich meine, das ist ja jetzt schon mal voll. Boah, wie schön das Blitz hat, ne, das... Hat jemand von euch den Film Schatzplaner, die Nullgular Schatzplanet gesehen? Also von Disney, äh, als Disney noch gut war? Das ist ja, boah. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Disney nicht gut ist, ne? Also, äh, die hauen zwischendurch schon auf so ein paar Goldstückerausnahmen. Das meine, das wird ja immer ekliger. Immer niveauloser. Die Geschichten werden diebloser. Ist, ne. Das kann man einfach nicht mehr sagen, ne. Ha! Oh. So, Gefangene und... Ah, Scout. Gehen, Scout. Ja, davon hab ich auch ein paar. Alter, boah. Ach, die ist das Gegenstück zu der... ...eisernen Jungfrau, oder wie? Geil. Oh, die ist schon Level 5. Puh. Oh, da kommt noch einer. Vielleicht hätte ich hier doch nicht durch. Oh, doch, hätte ich. Doch, doch, hätte ich. Oh, einfach mal umgenockt. Holdi, holdi, holdi. Danke. Und da ist ne andere auch noch direkt. Holdi, holdi, holdi. Danke. Und bringt die dahin, damit ich die direkt vor tanken kann. Aber das ist ein guter Camper. Jetzt wegen so ne riesige Truppe halt nicht, ne. Aber trotzdem. So, du auch. Oh. Hallo, er hat jetzt direkt umgebracht. Was seid ihr für asoziale, ey. Der war auch grad in Kriegsmeldung. What the fuck. Meine Einsern Jungfrau haben richtig Spaß daran, die zu quälen, ey. Das ist richtig geil. Äh, steh ich drauf. Tighter shit. Boah, ich lass grad einen voll falschen Blick von mir hier sein und so. Boah, 74.000 Gold. Und das wird nicht weniger. Na, find ich gut. Das kann doch aber auch durch das... Das kam alles durchs Cousino. Warum ist das da so am Folter, äh, so am Fliegen? Fliegen, 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 Fliegen Einiges an Gold, ne? Genau, mach das mal hier. Ja, was soll denn das? Hey. Ach, weil die da die Mauer weggemacht haben. Warum hab ich hier die Mauer weggemacht? Ohne Witz. Hey, bin ich grad komplett bescheuert? Ja, die foltern mir immerhin originisslich. Du kannst ja davon nochmal reingehen. Bis du dich dafür entschieden hast, meins zu sein. Folter dir richtig schon weiter. Das mag ich. Jetzt bin ich heute auf dem Trip. Dann kann ich kaum noch aufhören. Wie kostet mich eigentlich der Zahl? Ich hab 13.000. Ah, hab ich ihn locker. Das hab ich nach 13 Millionen Mal oder so. Ein Zauberer wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Er ist unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Blau. Da, 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 da. Bist du das? Bist du das? Bist du das? Wie viel Zeit für einen Arena-Kampf, oder? Komm schon, nimm mal so ein bisschen Arena. So ein bisschen Ketschen. So, mal. Eis an die Jungfrauen gegen Eis an die Jungfrauen, ne? Soll damit auch die gepolt werden, ne? Boah, 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 boah. Ich hab schon Level ab. Schon Level 4, krasser Scheiße. Ja, tot. Boah, die tun sich ja gegenseitig richtig gut weh. Boah, die tickt voll aus. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschäft in eurer Folterkamera regiert. Bam. Ja, war klar, dass ihr Level 4er gewinnt. So. Das, das, für jeden einen persönlichen Imp. Für dich auch noch. Ja, du.